ARD Text im Auftrag von Funk Guten Abend miteinander. Ein Scharlatan ist also ein Schwätzer. Allein durch das Lächeln entwickelt sich in uns ein Gefühl von Liebe. So ein Scheiss. Ein Blodderi. Ich habe von erwachsenen Mannen gehört, die von 5-Jährigen beim UNO-Spielen brutal über den Tisch gezogen wurden. Ein Aufschneider, ein Marktschreier. Sie sind ganz so sensibli. Sie merken, wenn wir ihnen einen Mist erzählen. Ein Quacksalber. Ektoplasma. Und es sieht aus wie ein Nas-Tuch. Ein Hochstapler, ein Schwindler. Einer, der einem so richtig über den Tisch... Sie müssen keine Angst haben, ich verspreche Ihnen. Und da stehe ich mit meinem Namen dafür ein, dass ich das mit Ihnen heute Abend garantiert auch machen würde. Ich wäre recht. Ich mache das so gerne. Immer extra. Pass mal im falschen Moment. Alles gut. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Untertitelung des ZDF, 2020